willkommen zu einem neuen video ja ihr seid jetzt vielleicht ein bisschen genervt weil wieder guckt nicht wie wir uns spielen aber es gab so ein kleines update und zwar ist das spiel jetzt draußen für alle und uns fehlt ein juwel wieder für die box so im social hub können wir wieder ein bisschen energie den anderen geben kriegen die booster und beim leaderboard sieht jetzt auch ganz anders aus und zwar nicht nur noch zehn davon den deutschen das liegt einfach daran bei millionen total mehr spieler seasons wurden gesettet aber das große event was da gibt es irgendwie nicht mehr oder double xp ist das geil und es könnte auch passieren dass es normale spieler finden tatsächlich einer weil es jetzt ein paar mehr gibt die auch spielen aber so wie es aussieht findet er gerade keine was auch kein problem ist weil es halt einfacher gegen bots zu spielen und dann können wir erstmal alles upgraden auf keine ahnung was denn dann na wir gucken mal so hallo so war ich war sehr langsam wir haben es trotzdem noch geschafft ein bisschen nein nein ich bin einfach doof nicht mal manchmal kriege ich das echt nicht hin aber 500 punkte ist schon einiges oder wäre ich mich jetzt so viel pommes nein hallo ich habe keine pommes so viele punkte gerade so und dann der letzte kunde raus kommen das habe ich leider nicht mehr 1000 punkte 1000 punkte ist schon gut oder ich denke schon achievement das auch immer spice it up macht aber scheinen wir haben es geschafft noch mal stufe zwei ich wählen das macht es denn purchase things in der schnee use booster 25 times ach so aber wir können jetzt die große box kaufen ist ja prima so hier sie sehr cool ich habe schon ein bisschen dachlos bekommen so was machen wir müssen ja am besten ja am besten ja das hier ne was können wir noch verbessern so oh ja gut nein ich muss ein booster direkt hin ja okay xp revert kann man doch verdoppeln da haben wir dann eh genug booster ne ja gut alpha darf wieder ich bin so langsam ich bin so langsam hilfe also irgendwie hink's gerade ich weiß auch nicht es drei von den allen nur noch drei lagerplatz jetzt geht's ab jetzt geht's ab jetzt ist es jetzt müssen wir gucken der bot ist auch besser geworden habe ich das gefühl ah man jetzt hat er wieder das nicht geschafft ich zumindest ich habe es nicht so die scheiße vor der verbrennen konnte ich nichts machen ist auch ein bisschen knapper obwohl ich die fritte verbessert habe wo er sich ist wie viel xp es plus kommen keine ahnung so eine box dann weiterspielen so was ist jetzt hier wieder alpha duff ok und wieder ganz viel produzieren komm hallo hilfe meine güte jetzt holt der bot aber schnell auf nicht dass der bot auch immer stärker wird weiß ich nicht ja ach komm aber meine güte schnell ist er denn noch also der bot besser als ich nein muss ich schon weinemotchen machen da gibt es kein so eins nein ja alles verbrannt hier hey wieso macht er denn jetzt so viel mehr plus als ich das ist so doof ach komm nein nein ich habe gegen den bot verloren ne 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 genau ja es verbessern kein job so wie sieht es mit der quest aus hier komm das würde ich sagen schaffen wir noch die quest ich bin mal gegen den richtigen spieler ist so hoch wieder das ist wenn der gegnerische spieler so besser so viel besser ist als ich was ist denn dann guck mal die punktzahl 471 zwar jetzt schon unfair da habe ich so schnell gemacht wie ich konnte 800 alter und habe ich gar keine chance überhaupt keine und das hast du dir das hatte ich ja im spiel wenn man dann richtige gegner hat wenn sie so übelst krass man kann nichts gegen die machten sieht es euch an 400 2100 keine chance ich kann nichts machen ich kann nichts machen ja außer das spiel packt und man verkauft zur gleichen zeit wie der gegner das klappt aber ich konnte nichts machen wir müssen aber noch mal spielen für meine güte bei uns kommen wieder keiner das ist gut dann wieder vielleicht eine kleine chance aber das ist ja voll unfair die leute kommen schon alles gefühlt maximal haben und schon darum hänge meine sachen alle zur hälfte verupgrade habe dann keine ahnung wie viele punkte weniger habe als die anderen jetzt geht ja wieder ein bisschen da sollte auch jetzt habe ich eine chance gegen den wort man kann nichts daran ändern man meine güte jetzt wird aber ja auch die geschwindigkeit anziehen jetzt müssen die letzte kunden kommen so jetzt haben wir eine kleine chance mehr alter so viel pommes das ei 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 so jetzt haben wir ein pommes in produktion ok ach kein kunden mehr erdungs gut haben wir gewonnen schön wow wow haha oh wir kriegen die box auch super hä wo sind jetzt die box hier keine ahnung was irgendwie das geht oder im shop nö gut dann würde ich sagen das war's mit dem video bis zum nächsten video bis dann und ciao bis dann